Hey Leute, ich will euch wieder mal den Maul aufreißen. Solche Übergriffe wie die letztens immer wieder überall vorkommen und die man in der Presse, wenn überhaupt, nur als Randmeldung erscheinen, lassen mir gar nicht durchgehen. So kleine Sachen wie zum Beispiel das Potsdam-Treffen, wo die AfD beschreibt, Deportationen zu planen und ähnliches, geht ja jetzt schon ziemlich lange. Aber wurde es meiner Meinung nach letztens, als Nancy Faeser die Zeitschrift kompakt verboten hatte. Das Potsdam-Treffen in einer Demokratie geht meines Erachtens gar nicht. Jetzt werden reihenweise Hausdurchsuchungen durchgeführt. Bei Leuten, die politische Witze erzählen. Naja, dieses Meme gegen unseren Vizekanzler Robert Habeck war ja anders als ein Witz. Aber wegen einem Witz, einer Hausdurchsuchung, ich finde sie nicht in Betrieb. Echt jetzt. Stellt euch mal vor, da rennen wildfremde Menschen in deiner Bude rum und krempeln alles, alles um. Laut zuständigen Richtern hat das alles seine Richtigkeit. Eine erste Maßnahme für so ein schweres Verbrechen. Einen Post bei Twitter oder einem anderen Netzwerk zu teilen. Wenn ich mal das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland zitieren darf. Die Wohnung ist unverletzlich. Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter bei Gefahr im Verzug, auch durch in den Gesetzen vorsehenden anderen Organe angeordnet werden und nur in den dort vorgeschriebenen Formen wird werden. Bei Gefahr im Verzug Im Witz Leute Was ist hier los? Die zweite Versuchung wurde jetzt von der Staatsanwaltschaft Würzburg gegenüber der Welt bestätigt. Am 19. Juni 2023 kam es zu einer Hausdurchsuchung bei einer Person mit deutscher und mänischer Staatsbürgerschaft. Eine alleinerziehende Frau wurde auf ihrem Arbeitsplatz von der Polizei darüber informiert, dass eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde. Wegen übler Nachrede gegen Personen des öffentlichen Lebens. Auch die Frau teilte nur ein Meme. Sie teilte es. Sie hat es nicht selber erstellt. In dem wurde behauptet, was verschiedene Personen gesagt hätten. Ich zitiere Ich kann mich nicht erinnern, mehrere Millionen Pläne zu haben. Kandler Olaf Scholz SPD Das zweite Keine Übergewinnsteuer Reiche sollen nicht mehr zahlen Damaliger Minister Christian Lindner FDP Egal was die Wähler wollen Wenn sie auf die Straße gehen und kein Geld mehr haben Wir stehen zur Ukraine Außenministerin Annalena Grüne Das ist das Schönste Ein Laden, der aufhört zu verkaufen Ist doch nicht insolvent Er verdient nur kein Geld mehr Wirtschaftsminister Robert Habeck Grüne Tatsächlich wurden diese Äußerungen so nicht gesagt Aber sinngemäß stimmen sie schon Sind aber Überspitzt Dargestellt Nun wurde ein Potsdamer Schützenvereinschef SEK Brutal aus seinem Auto gezerrt Weil er angeblich eine Kalaschnikow zu Hause hat Gleichzeitig wurde auch hier natürlich eine Hausdurchsucht Irgendjemand Muss den Angezeigt haben Der hatte keine Kalaschnikow Irgendjemand kann den nicht leiden Und hat es halt einfach durchbauen behauptet Und Da wurde ich ernst Ja und wenn ich mich jetzt Das zum Beispiel auch Habeck Sinngemäß Nicht wörtlich sagte Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotz Ich wusste mit Deutschland Noch nie etwas angeboten Und weiß es bis heute nicht Jemand will Kanzler werden Und da passt auch Da passt auch Soll man da zu schauen Und äußerlich gibt sich der Habeck So nett und freundlich Und lädt sogar zu Küchengesprächen ein Und so weiter Und scheint echt zu glauben Dass ihn wirklich jemand als Kanzler will Hier ziehe ich mir wirklich den Trump vor Der sagte damals Amerika first Wenn man dasselbe Will Kommt man ja Vor Gericht Egal wie man zu Höcke steht Ich fand seine Aussage richtig Nur weil die Nazis Das in ihrem Wahlversprechen betonten Aber vorher wurde das aber Auch von anderen Parteien Auch von den Linken Versprochen Die Nazis sagten auch Bitte und Danke Wird das dann auch bald verboten Gibt es da auch eine Hausdurch Die du bitte sagst Ja ich sagte heute so Kaum noch jemand Ich stelle jeden Unsere Demokratie Wird immer weiter mit Füßen getreten Die DDR war ein freies Land dagegen Aber es gab auch schon mal Politiker Die ihr Fach verstehen Und auch mal über sich Können Um Ihnen ein besonders eindricksames Beispiel Von der Verwunderung zu geben Ich bin ein ausgesprochener Zoofreund Und eines meiner Schönsten Erlebnisse Auf diesem Gebiet War vor nicht allzu langer Zeit Als ich am Morgen Im Berliner Zoo war Mit einigen Mitarbeitern Ich mache das sehr gerne am Morgen Wir kamen aus der Aus dem Menschenaffenhaus heraus Das ist eine besonders eindrucksvolle Stelle am Berliner Zoo Und da begegnen wir Eine alte Berliner Rentnerin Schaut mich an und sagt Sind Sie da cool? Dann sage ich ja Und da dürfen Sie so frei herumlaufen Noch mal ganz kurz Das ist übrigens hier Jauch und Gottschalk So, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal